Weißt du eigentlich, wo du da angekommen bist? Bei einem der interessantesten und zukunftsträchtigsten Unternehmen der nächsten Jahre. Schön, dass du da bist. Vieles ist neu und du musst dich noch orientieren. Vielleicht fragst du dich, woher du die wichtigsten Informationen rund um dein neues BEMA-Geschäft bekommst, um so richtig durchzustarten. Ich habe da eine Idee. Schau gleich mal nach und vielleicht entdeckst du schon vorab Antworten auf bislang gar nicht gekannte Fragen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und Freude und weiterhin alles Gute und viel Erfolg beim Verlauf deiner BEMA-Geschäftskarriere. Wenn du jemand bist, der lieber in einer gemütlichen Runde Menschen für BEMA begeistert, wenn du vielleicht aus einem Netzwerk kommst, in dem du dich bereits mit kleinen Präsentationen auskennst und darin wohlfühlst, dann ist BEMA at Home gerade zum Start ein ideales Format für dich. Ein Business im wahrsten Sinne des Wortes out of the box. Wie kannst du die Ziele erreichen, die du dir selbst gesteckt hast? Hast du schon eine Vision, was du in deinem Leben so alles erreichen möchtest? Dann lass uns gemeinsam daran arbeiten. Sei ganz entspannt und bleibe einfach dran. Eine meiner wichtigsten Erfolgsregeln. Und bitte wundere dich nicht, wir haben in all unserem Tun immer ganz viel Spaß und der darf auch nie zu kurz kommen. Deshalb machen wir auch schon mal ein paar verrückte Dinge. Was meinst du, was geschehen wird? Ich kenne die Antwort. Dein persönlicher Erfolg wird schneller eintreten, als du denkst. Was meinst du, was geschehen wird? Ich kenne die Antwort. 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 Vielen Dank.